der vfb fährt nach marbella bundesliga pause hat mich erst mal überrascht nach dem zwanzigsten spieltag heißt es nämlich arrivederci wir spielen jetzt erstmal eine woche nicht und dann dachte ich was schon wieder nationalmannschaft aber ich spiele in asien oder so genau es gab aufgrund der corona pandemie ein paar es gab ein länderspiel fenster das weggefallen ist und dann hat die fifa den verbänden praktisch zwei fenster gestellt wo sie dann ja einfach die die ausgefallenen länderspiele nachholen können oder verschieben können wie auch immer und da haben sich halt die europäer ich meine auch die südamerikaner für ein fenster im herbst entschieden und der ein oder andere andere weiß nicht ich weiß es gar nicht ob es nur asiaten waren ich weiß es nicht aber auf haben sich ein paar andere dann für dieses fenster jetzt entschieden das führt zu diesem novum dass es eine länderspielpause gibt ohne dass die länderspiele das länderspiele aus reisen genau aber ich hoffe nicht dass endo irgendwo spielen muss der muss bestimmt irgendwo spielen weil mit irgendwo auf der welt gespielt wird ist endo eigentlich dabei ja das kann uns ja nur zugutekommen du weißt ja du musst spielen mit jedem spiel wieder besser und vor allem ganz ehrlich mit endo könntest du nicht so einen scheiß bauen auf marbella bin ich mir sicher ich glaube mit endo geht sowas nicht und der ist natürlich auch eine autoritätsperson also das ist mal unscheiß jetzt wenn du überlegst da fahren jetzt 33 kids nach marbella die seit wochen nirgendwo party machen können wir wissen doch alle was da abgeht irgendeiner kommt ohne augenbrauen zurück irgendeiner kriegt die augenbrauen rasiert oder aber 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 lieber lieber ohne augenbrauen als mit corona zurückkommen das wäre noch das das wäre die krönung ja also der vfb macht sich dann vom 23 bis zum 28 januar auf die reise nach marbella und ist dann pünktlich hoffentlich und fit zurück wenn es am fünften zweiten gegen frankfurt geht und zwar missen hat gesagt die bundesliga pause nach dem zwanzigsten spieltag bietet eine sehr gute möglichkeit nach der kurzen unterbrechung zwischen hin und rückrunde intensiv und zielgerichtet im training zu arbeiten um anschließend bestmöglich vorbereitet in die anstehenden spiele gehen zu können jetzt dachte ich dass das schon für den 17 spieltag oder sprich für den 18 spieltag gilt wusste nicht dass es erst ja deswegen ja dann ab dem fünften zweiten soweit ist das erklärt einiges vor allem das spiel gegen führt also wenn man sich das dann vor augen hält was der missentag gesagt dann müssen wir fast schon zufrieden sein mit dem nutze zwei gegen leipzig ja genau dann geht es erst am 21 spieltag so richtig los gott sei dank haben rückrunde dann geht sie los was natürlich so ein stück weit diskutiert wurde war ob man in der aktuell angespannten finanziellen situation schwierigen finanziellen situation sich so ein teures trainingslager leisten darf ja ist das nachvollziehbar das trainingslager kostet ungefähr 150.000 euro für einen vfb so war es früher mittlerweile ist alles teurer geworden also es wird mich nicht wundern wenn es auf einmal 200.000 euro kostet was sagst du braucht man so ein ausritt das muss trainer entscheiden ich weiß nicht wir haben ja wir haben ja schlechte schlechte erfahrungen mit trainingslagern dann auf spanischen inseln allerdings mit dem abstiegskampf jeder erinnert sich an das spiel in bremen nach dem trainingslager auf mallorca aber fantastisch ja wenn der trainer so ein trainingslager für sinnvoll hält dann willst du natürlich ende januar das nicht wo in herzlage machen oder irgendwie sowas halt und dann denke ich kann man die kosten dann auch verschmerzen also ich glaube da fließt so viel geld irgendwo anders hin beim vfb dass man das auch noch irgendwie gewuppt bekommt wahrscheinlich bekommt man es gewuppt und ich würde sagen ein endgültiges urteil fällen wir erst nach dem trainingslager weil sollte der vfb danach irgendwie vier fünf spiele in folge gewinnen dann hat es natürlich gelohnt alles richtig gemacht natürlich wenn man absteigt dann hat es falsch gemacht alles falsch gemacht aber es gibt den vibe von mabea muss man sagen 1920 hat materazzo da als neuer vfb trainer sein erstes trainingslager abhalten dürfen und danach stieg der vfb auf ja hat dann im ersten spiel unter materazzo aue 3 0 weggeballert das letzte spiel das ich im neckar stadion mit vorderkulissen erlebt habe okay traurig und die frage natürlich darf dann in die davi mit gute frage weiß ich nicht ich weiß es auch nicht weil das ist jetzt ja also die geschäftsreise in manchen bundesländern erlaubt also hotelbeherbergung wenn es halt ein geschäftstermin ist und kein touristischer zweck jetzt können wir natürlich sagen so ein trainingslager auf mabea ist für ein fußballprofi aus stuttgart ja nicht zwingend erforderlich der kann ja auch hier moment für ihn schon fehlende fitness ja ja da haben wir es wieder platzrunden kannst auch hier drehen also ich bin mal gespannt das stimmt berge gibt es auch hier also von daher kümmern den ja wie hier auch und ich glaube wenn der submission hat das trainingslager nicht nur unzugut verkauft sondern auch irgendwelchen sponsoren dann lässt er die 150.000 oder auch die 250.000 von irgendjemanden zahlen also ich persönlich glaube dass man das trainingslager nur deshalb macht dass der holger laser mal wieder so ein tägliches vfb tv format genau das ist dann eben wieder von mercedes benz bank gesponsert irgendwie der talk und so weiter und dann spielst du halt da auf auf in mabea noch irgend so ein so ein gold cup oder uhren cup oder oder vorsicht mit den vokalen an der ja ja genau eigentlich hätte man das super machen könnte dass man str einfach mitnimmt zu so einem trainingslager ja du lachst jetzt aber wir könnten dann jeden abend mit einem spieler ein podcast aufnehmen es wäre einfach fantastisch wir würden aber wir könnten halt nichts zahlen wie wir müssen ja nichts zahlen also ich dachte wir als sponsor nein nein nicht als sponsor wir sind nicht der sponsor wir sind das asset für den vfb hätten uns mitnehmen sollen naja gut sei es drum wahrscheinlich zu teuer weil natürlich wir müssen ja auch irgendwo pennen wobei ich würde auch im zelt schlafen hätte ich kein polen mitnehmen so